Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf Scorpion Plays. Heute gibt es eine Runde Black Ops 3 mit Antonio wieder. Jo, was geht ab Leute? Herzlich willkommen. Weil wir haben einfach Bock drauf und deswegen gibt es eine Runde, ein Ründchen Black Ops 3. Wir haben jetzt hier eine ganz stabile Lobby gefunden. Wir haben auch für Antons Kanal was aufgenommen, keine Ahnung wann das kommt oder kam. We don't know, aber wie, also IVEC zum Beispiel, ne? Ohne Spaß, feiere ich, Trigger. Das war meine erste Map aller Zeiten in meiner Konferenz-Karriere. Echt? Wann hast du dich mit 0,8 gestartet und dein Comeback gemacht? Achso, oh mein Gott, stimmt. Ne, das war nicht die erste Runde, weil da war ich dabei. Das war, ich war ja erst bei der zweiten Series dabei. Das muss irgendwas anderes gewesen sein. Ah, ne, 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 das war die erste Runde vom entscheidenden, wichtigen Best-of-Five gegen Splice. Gegen wen hast du deine erste, wie war eigentlich dein allererstes Spiel, da wo du da auch 9-2 S&D hattest? Das war richtig gut. Da war das Stellungspiel auch gut? Alles war perfekt. Ich hab so gechoked. Alles war perfekt. Das war gegen, ähm, wie hießen die nochmal? Irgendwas mit O, Digga. Orbit, ja, man. Doch, hat dir der Desire nicht geweint? Irgendwer hat mir nicht geweint. Oder Irgendwann oder so. Ich kannte die halt alle nicht und dann hat Massenbeck gesagt, dass das so gestandene Pros sind schon seit Jahren. Ich dachte, das sind solche wie ich. Achso, nein, Digga, du hast da absolut gegen gute gespielt. Genau, und die haben immer so einen schönen 2-piece, Digga, das hab ich fest glücklich gemacht. Oh! Was für... Oh mein Gott, die sind so viele. Wieso spiel ich eigentlich V&P? Irgendwann ist absolut keine Waffe für V&P. Ich bin auch noch geholt, Digga, Alter. Ach du Scheiße. Nein. Oh mein Gott! Der läuft grad gut, wa? Bro, die haben grad alles verfehlt, was man verfehlen kann gegen mich. Den hab ich so überrascht, den Typen. Oh, oh, oh. Okay. Oh mein Gott, Marcel, was mach ich grad mit dem? Ja, nice, Digga, zieh durch. Boah, Tempest hat übertragen. Noch einer im Haus, noch einer im Haus, noch einer im Haus. Ich glaub, wir spawnen die aber langsam out, oder? Nein, ne, 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 snipey. Hast du gesnipet? Ja, Mann. Digga, ich hab grad so heftig predisiert, Digga. Nice. Ja, Digga, bei mir ist grad irgendwie, ich find irgendwie keine Gegner, Mann. Ich hab aber auch echt alle weggesnipet, die weggesnipet waren. Grad eben noch Kill-Duell gewonnen, jetzt Katastrophe, Digga. Jetzt spiel ich gut. Ja, wie immer. Mein, Alter. Es ist so lustig, wenn die Aufnahme läuft, dass es einfach anders ist, obwohl es dasselbe Spiel ist. Guck mal, jetzt veraim ich auf einmal sowas, Digga. Sowas hab ich nicht einmal veraimt in den letzten drei Stunden. Das ist so lächerlich. Die sind hier, auf einmal hab ich so einen Akzent, den ich schon nie hatte. Wie ist das, was du machst? Das geht gut, Marcel? Ja, oui. Ja, ich mach keine Kills. Ne, ich hab's nicht mal richtig gesagt. Ey, es kann nicht sein. Gerade eben lief alles. Jetzt läuft gar nichts mehr. Das gibt's doch nicht. Keyboarder. Hab dich geholt, Leute. Keyboarder. Keyboarder, Alter. Alter, wie viele sind da? Hol den mit Sperr, mit Sperr. Hab ihn. Hol ihn mit Sperr, mit Sperr. Ich hab von Fahne gekommen, ey. Ich hab schon gesehen, wie er das im Pfeil nach hinten gezogen hat. Und ich muss ihn natürlich holen. Mann, Digga. Ich krieg voll auf die Fresse. Boah, hab ich auch noch einen geholt. Müsst ihr am 8 halt raus. Nein, Digga, weil hier kann ich den Tempest nicht mehr finden. Zwei mit. Seine Muni war anscheinend leer, oder? Er hat keine andere Entschuldigung dafür. Alter, Mann. Diese scheiß Schwebeladung. Oh, nein. Er legt sich da hinten hin. Ich hab auch Bock auf Manowar. Jetzt hab ich auch meine Klasse rausgenommen. Kritischer Hase. Aber M8 läuft auch jetzt. Zumindest ein bisschen. Das sind nicht schlecht, die Gegner. Also Keyboarder und so. Ich bin schon aiming. Lass ihn mich doch holen. Was ist das? Mann, das war so klar. Ey, ich waste auch noch die Sense, Digga. Mein Gott. Boah, Alter, ist das sweaty, Mann. Die sehen aus wie voll die Bots. Von vorne noch einer, Mann. Boah, ich war eben wie ein Hü... Auf einmal, Mann! Mann, Digga, mein Tempest auch wieder gewastet. Aber noch wasted. Unter mir. Spielst du M8 mit LV, oder? Mit Rotbronk. Äh, Rotbronk. Wo sind die denn hier? Die sind durchgezogen. Ne, einer hat mir doch schnell die Ehre genommen. Keyboarder. Sperber. Oh, Mann, oh. Alter, das ist so anstrengend. Nein, hinter dir. Oh, hab ihn. Oh, er hat mich doch angezündet. Nicht, nicht, Digga. Ich bin irgendwie... Wahrscheinlich hat er nur mich angezündet. Ich weiß nicht, ich war irgendwie im Mond dagegen. Hinter mir noch, Mann. Digga, ich bin von der ganzen Zeit, die ganze Zeit, Mann. Ich hab da am Anfang direkt einen Orbi machen können, Mann. Boah, ich hab's so geschluckt gerade. Ach, du Scheiße. Wurde, ob ich den da oben rauskriege. Das wär jetzt sick. Ich hab die da oben. Noch eine, hab ich. Ah, jetzt läuft's langsam. Jetzt sind wir langsam drin. Aufpack auf Tempest. Tempest und Manowar. Diesen Traum werde ich mir gleich erfüllen. Digga, Anton. Es ist doch nicht normal. Er chillt da hinten im Spawn. Du hast doppelt so viel Kills wie ich, Digga. Doppelt so viele, Mann. Ich verstehe es nicht. Ja. Ich hatte am Anfang direkt so einen Lauf in der Lobby irgendwie. Die Gegner lagen mir gut. Boah, der Friedensstifter ist ja... I don't know. Mist, Digga. I want to kill camp, man. Boah, Digga, Alter. Ich wurde gerade von drei Seiten so zerfetzt. So, Leute. Easy 3 gegen 3. Das ist ein Competitive-Match jetzt. Ich bin nämlich Competitive-Spieler. Und, äh... So wie Jack. Digga, ich weiß doch, es gab so schlechte Competitive-Spieler. Die einfach so gesagt haben, sie sind Competitive-Spieler. Das ist unglaublich. Warte, den hole ich jetzt über den Wasserfall-Move. So, das gucken wir jetzt mal. Das ist so geil aus, Vizca-Goat im Feed. Digga, das ist der unnormals geile Game-Attack. Ohne Spaß jetzt, Digga. Ich feier das richtig krass. Ui. Digga, Manowar ist lächerlich, overpowered. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Komm, Wasserfall. Boah, das ist schwierig, das wird... Komm jetzt hier im Haus durch. Alter, ich bin so weit oben. Nein, das ist geil. Digga, ach, man kriegt hier Fallschaden. Voll vergessen, Digga. Ich habe so heftig viel Fallschaden gehabt bekommen. Warte, er war weak. Ja, den habe ich so angeschossen. Ja, 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 hier kann man sterben, Digga. Wir müssen jetzt hier spawnen. Was? Ach, vom Wasser aus. Oh mein Gott, Digga. Was ist das, Alter? Oh mein Gott, kriegt er keinen Winkel? Oh mein Gott. Ich muss gerade richtig aufpassen, Digga. Ich bin richtig im Gunfight. Ey, Mann, er liegt da einfach auf dem Stein. Mitte bei B, Marcel. Okay, was? Er liegt da einfach auf dem Stein. Weiß nicht, wenn es immer noch so ist. Warte, vielleicht überlege ich es auch noch. Oh mein Gott, das ist so lächerlich, Digga. Ich habe 5 Uhr. Jetzt wird die Nuklear bei mir anfangen. Ich kann dir helfen. Die kommen jetzt oben beim Geländer. Ja, ich weiß. Die haben Absolute Power Position. Einen habe ich. Die kommen jetzt auch vom Haus wieder. Nein. Oh, wie aus dem Nichts kam, Digga. What? Okay, ich habe so krank Timing kassiert. Ach du Scheiße. Können jetzt mal Leute hier rein joinen? Das gibt es doch gar nicht. Nein, das gibt es nicht die verfehlende Tempest Schuss, Mann. Ich habe mich so gerecht mit der Sanse. Digga, wie kann ich den Tempest Schuss verfehlen? Wie du jetzt nicht hier hochkommst, Digga. Was ist das? Ey, das Timing wäre so lächerlich gewesen. Ich bin es ernst. Soll ich dir helfen irgendwo? Nein. Ja, ey. Kennst du das, wenn du... Das ist das Eklige beim Verrasten. Einer kann so über dir sein, sodass du ihn gar nicht kriegen kannst. Weil du so einen Winkel kassierst. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Das ist belastend. Mit unserer Empfindlichkeit dann auch ist es schwierig. Ja. Man kann schon outmoved werden, heftig im Ö3. Ich weiß, die Leute, die sich immer gefeiert haben für eine hohe Sensi. Kein Aim, aber haben sich trotzdem gefeiert. Ja, aber das ist alles Gewöhnungssache. Und damals kommt die auch mit 10er Sensi oder so angefangen oder sogar 14. Ja, Digga, man kann sich das ja auch beibringen. Aber es bringt halt nichts. Nee. Digga, dieser Woody ist gar nicht so schlecht. Oh, jetzt kommt einer mit 1 vs 1 V Tarek EU, Digga. Der ganze Name, der gefällt mir nicht. Die ist EU, die ist V am Anfang. Das ist belastend. Dass sie mich anschießt, Digga. Nein, Woody, hör auf, es reicht. Man, Woody ist dieser komische Cowboy aus Toy Story, Alter. Bester Mann, Alter. Ja, wenn du mich jetzt holst, ne? Das wär's auch jetzt gewesen. Sei mal so sympathisch, Woody. Ja, jetzt muss ich aufpassen. Es ist lächerlich. Ach, jetzt connecten noch einmal alle. Interessant. Ich spiel's mal ein bisschen ekstlich. Ich suche auch welche. Die müssten hier im Haus sein, meiner Meinung nach. Ah, hier ist schon mal Woody. Oh, hab ich dir die Sensor weggenommen? Sorry. Ah, Woody. Der Woody. Du hast nen Freund in mir. Kennst du noch Toy Story 1? Klar brauche ich. Oh, hast du mit denen geklaut? Ach du Scheiße. Nein, Mann, Mann, warum schauke ich die Tempetschüsse immer, wenn's drauf ankommt? Oh mein Gott, das war so ein Teamwork. Ich glaub, anders hätte man's nicht überleben können, außer man hätt's genau so gemacht. Das war echt nice. Ich bin 1 vor Hater. Warte, noch einer? Ich hab Drohne. Ich werd den Hater kriegen. Ich werd ihn kriegen. Ich kann nicht challenge mit einem Burst. Nice. Schönes Ding. Ich bin ein Huah. Ein Huah, ey. Huah, Huah, Huahwei, Alter. Mein... Nein, Entschuldigung. Er kommt... Oh Mann, Digga. Es lief grad so gut. Er kommt mit dieser Marshall. Diese One-Shot-Pistole. Ich hör, das war die einzige Waffe, die mich da töten konnte. Lächerlich, ey. Ich hab mich auch nicht gestorben, denn das ist unfassbar unfair gewesen. Mein Lukas, Digga. Ey. Ich bin aber auch selber schuld, weil ich meine Tempest-Schüsse choke. Ich bin irgendwie gar nicht confident in Black Ops 4, weil ich bin ich viel confidenter mit Special Days. Ja, weil die auch lächerlich OP sind vielleicht. Weil du da 7 Innihilator-Schüsse in einer Sekunde abfeuern kannst. Ist nicht schlimm, wenn du da nicht triffst, weil du kriegst ja noch 5 Chancen. Ja, ja, eigentlich ist das echt so geil. Aber die Runde macht mir immer noch mal Spaß. Ich komm grad gar nicht, ich finde die nicht. Das ist unfassbar, wenn du das sehen würdest, Digga. Ich kann ihn nicht besser anschießen, ohne Mist. Ich glaube dir, Anson, ich glaube dir. Ja. Ich hätte nur klar machen können, wenn ich diesen einen Toten nicht gekriegt hätte. Wieder ein Streak. Na, Woody? Ups, ich hab dich schon wieder getötet, Digga. Das muss ja langsam echt abfucken. Komm, jetzt hier irgendwo Wasser fallen. Ich helf dir. Ich gucke rechts. Ist doch jemand bei dir da. Den hab ich. Boah, da hast du aber Glück gehabt, mein Freund. Digga, ich hab hier grad so lustige Szenen. Aha. Darum hast du Pech gehabt, Woody. Da hast du mal wieder Timing kassiert, du Arme. Ach, komm. Oh, 100er Prezi. Aber komplett. 32, 6, ey. Ist gut. Na, dritten. Fehlt. Sense ist schon geil, ne? Digga, Sense macht so Spaß. Einfach den Todbringer damit. Das ist so lächerlich, ne? Oh, 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 Digga. Rest in Peace, Digga. Ui. Boah, ich bin richtig im Modus gerade, ne? Ich bin so in diesem unbesiegbaren Modus. Echt? Krass, Mann. Guck mal dir unsere Punkte in unserem Team an, Digga. Nach uns kommt einer mit 800 Punkten. Ja. 7 Kills, Felix. Warum spiele ich jetzt wieder Peacekeeper? Ich will die Waffe nicht mal spielen. Irgendwas mit meinem Körper zwingt mich dazu. Okay. Na, hinter uns. Oh, hast du mich geblockt? Nee. Nee, ich bin ganz wohl. Digga, ich wurde so in den Tod geblockt. Ach, du Scheiße. Hallöchen. Das war so smooth, wie ich hier hochgeflattert bin. Ja, ich Swornkill ihn. So hochgeflattert wie ein Jabulani. Warte mal, warte mal. Wie ein Jabulani, ja. Jabulani ist es, glaube ich. War das der, das war der WM 2010, oder? Ui. Ja, ja, das ist dieser kranke Flatterball. Och, komm. Ich weiß noch, Schweinsteiger 2006 hat diese zwei Flattertore gegen Portugal. Oho, get raped, Bro. Äh, diese zwei Dinge ist es gemacht, Digga. Wie ist immer der Ball der WM 2006? Boah, das ist eine sehr schwierige Frage, weil ich so jung, Digga. Du kannst es vielleicht wissen, ich weiß es nicht. Ich weiß auf jeden Fall das Muskottchen. Das war so ein weiß-schwarzes Plüschtier. Guleo. Guleo. Ah, stimmt, das war der Löwe. Genau. Wie heißt es immer der Ball, Alter? Leute, wenn ihr das wisst, schreibt es mal in die Kommentare. Der 2-6 Ball. Der 2-8 Ball war auch geil. Das war so ein silberner AM-Ball. Ich mochte den Dingens, den 2-4 in Portugal. Boah, aber das ist auch schon lange her. Puh, noch kleiner. Aber ich kann mich auch noch an den ändern, ja. Boah, alter Sense ist... Ach, das ist so lächerlich, Digga. Man kann einfach nicht so krass rein... Boah, Digga. Also, es ist wirklich nicht einfach, wenn die so sweaten. Vor allem, wenn die thrusten und sweaten. Ich finde auch, es ist viel mehr Skill als, äh... Also, ich finde, Gunskill ist in dem Spiel viel... Warte, gebe ich ihm den Turn-On? Gunskill ist viel wichtiger in dem Game als in einem Game ohne thrusten. Ja. Also, oder halt Movement allgemein. Ist so wichtig. Ich habe gar keinen Hitmark bekommen. Boah, geil. Abgestaubt, Digga. Das... So lobe ich mir das. So, nur hinten im Spawn, Digga. Spawn-Safe wieder hier gleich. Komm doch, peek doch raus. Hey, wo sind die denn? Als ob die nicht gespawren. Oh, er hat irgendwie 7,16, aber wie kann er mich so wegrasnipen? Ich bin kurz vor Hater. Du bist hier oben im Haus, oder was? Alle bei B, Marcel. Ja, warte, 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 warte. Oh, warte, versuch mich zu wallbang. Nice. Oh mein Gott, get fucking destroyed, Bro. Ach du Scheiße, da habe ich ihn gerade zerstört. Boah, ich... Oh mein Gott, Anton, ich rasiere die gerade vom anderen Level. Das ist gerade echt absolut krank. Doppelt so viele Kills sehe ich. Die haben Hater zerstört. Ich schreibe die Hertha weg. Er hat eben zerstört. Nein, ich bin sauer. Boah, ich habe so einen Sideslide gemacht. Boah, ich habe so kranke Szenen ausgeteilt. Zählt Sensor eigentlich zu nuklear? Ja, ne? Ja, ja. Das wusste ich gerade nicht, Alter. Ich wusste es nicht. Ich bin einfach nicht drauf gekommen. Alter, das war ein Quick-Shave. Ja, Leute, lasst auf jeden Fall gerne ein Like da. Checkt anderen Kanal auch gerne ab. Link ist in der Videobeschreibung. Und ja, ich bin erstmal raus. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.